Servus Leute was geht? Willkommen zu einem neuen Boot Talk Video. Heute soll es mal um die Top 5 Fußballschuhe für das Jahr 2020 sein. Zumindest nach aktuellem Stand. Im Laufe des Jahres werden nochmal neue Modelle kommen. Aber wir reden jetzt hier vom aktuellen Zeitpunkt welcher Fußballschuhe ich besonders empfehlen kann. Die gibt es in heutigen Video. Viel Spaß dabei und let's go! Wir starten hier mit Platz Nummer 5 und vielleicht schon die erste Überraschung. Aber hier geht es um mein persönliches Voting und um Fußballschuhe, die ich besonders gerne spiele und euch auch empfehlen kann. Mit einem gewissen, deswegen hier auch mal ein kleiner Underdog und zwar der Under Armour Magnetico. Wir haben hier einmal den Magnetico SL und hier einmal noch den normalen Magnetico in der Sockenvariante. In einem sehr sehr auffälligen orange colorway. Ich bin riesen Fan von den Schuhen von Under Armour, das solltet ihr mittlerweile wissen. Zu diesem Schuh gibt es auch in einem Review, beziehungsweise zu beiden Varianten. Könnt ihr gerne mal abchecken. Der sieht sogar ähnlich aus wie der Superfly. Ich muss auch sagen, dass das Beigefühl in beiden Schuhen extrem gut ist. Wir haben hier das Match-Control-Upper und die Form-True-Size. Das heißt, dieser Fußballschuh passt sich durch das Weiche Obermaterial nochmal hervorragend an deinen Fuß an. Das kann ich auch bestätigen. Der Komfort ist bei Under Armour-Maschinen generell hervorragend. Und auch mit vielen mit Breitfüßen zu empfehlen, weil das Obermaterial sehr weich ist und sich dadurch weiten lässt. Man muss aber sagen, das Obermaterial ist sehr sehr dünn. Das heißt, man hat einen sehr sehr direkten Touch. Für Spieler, die zum Beispiel in der Polsterung wollen, da ist der Spring hier nicht zu empfehlen, weil es wie gesagt sehr sehr dünn ist. Aber ich muss sagen, war extrem überrascht von diesen Fußballschuhen. Feiert sie mega. Das heißt, wenn ihr mal eine andere Marke probieren möchtet, kann ich euch Under Armour extrem empfehlen mit dem Magnetico SL. Und den normalen Magnetico völlig so recht auf Platz Nummer 5. Weiter geht es mit Schuh Nummer 2 bzw. Platz Nummer 4. Wir haben hier den Puma Future 5.1 mit dem Netfit Upper. Dieser Schuh ist auf jeden Fall extrem gut, was das Thema Passform und Komfort angeht. Wir haben hier das Netfit Upper bis im Vorderfuß. Das heißt, es ist ein sockenähnliches Gefühl, auch im Vorderfußbereich. Gleichzeitig funktioniert das Netfit Upper nochmal deutlich besser, dadurch, dass das Sockenmaterial bis vorne ist. Dadurch ist der Fuß bei der Schuhe allgemein flexibler am Schuh. Und das Schüren kann sich wie gesagt personalisieren und durch die Socken funktioniert das System deutlich besser. Komfort wirklich hervorragend. Das heißt, wenn man in diesem Schuh Druckstellen oder andere Probleme hat, macht man ein wenig was falsch. Dieser Puma Future ist auch für Schuhe bzw. breite Schuhe geeignet. Vermittler und auch schmale. Ich habe bis jetzt über alle Kollegen, die die Schuhe getestet haben, haben wir alle verschiedene Fußtypen schon mal probiert. Gab es keine Probleme. Das Obermaterial ist gleichzeitig schön weich. Es ist nicht das dünnste Obermaterial, aber nach der Eindaufphase wirklich sehr, sehr soft. Angenehm am Fuß. Auch hier die Ebonizocke am Knöchelbereich extrem gut gemacht. Optisch auch absolutes Biest. Was ja auch nochmal ein Vorteil ist, dieser Schuh ist aktuell sehr krass reduziert. Normalerweise kostet er 199 Euro. Aktuell gibt es ihn sogar zwischen 100 und 120 Euro für ein Topmodell. Natürlich ein sehr, sehr guter Preis. Performance-Technisch, wie gesagt, überzeugt mich der Schuh. Wenn ihr nochmal genauere Fakten haben wollt, wie gesagt, was der Schuh jetzt gut macht, was vielleicht noch ein bisschen Potenzial hat, könnt ihr gerne mal das Review abchecken. Den Link findet ihr in der Infokarte oder auch in der Beschreibung sind alle Schuhe verlinkt. Gibt es logischerweise schon als separates Review. Aber auf jeden Fall völlig verdient ist im Voting der Puma Feature 5.1. Weiter geht es mit Platz Nummer 3. Und hier haben wir den Adidas Predator 20 Plus und 20.1. Beide sehr, sehr krud. Ich spiele den 20 Plus etwas häufiger, deswegen reden wir jetzt mal über dieses Modell. Das ist auf jeden Fall die neue Waffe von Adidas auf dem Markt. Der Schuh ist sehr, sehr krass eingeschlagen und sehr, sehr beliebt. Vor allem das Demon Skin Upper hat für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt. Zu diesem Schuh haben wir wirklich schon sehr, sehr viele Videos gemacht. Aber auch, weil der Schuh sehr, sehr viel hergibt. Zum Beispiel haben wir extra Video gemacht, wie ist die Haltbarkeit von diesem Demon Skin Upper. Das sind diese 496 Spikes, die auf dem O-Material brechen die ab, fallen die ab und so weiter und so fort. Ob das System überhaupt funktioniert, weil laut Adidas soll das Demon Skin Upper helfen, dem Ball nochmal mehr Effet mitzugeben. Und Adidas nennt den Schuh sogar 100% unfair. Das haben wir auch im Experiment getestet, ob das Ganze wirklich funktioniert. Man muss sagen, der Schuh hat einen wirklich sehr guten Passpunkt für mittlere und schmale Füße. Für breite Füße relativ schwierig. Er sollte den Schuh generell bei laceless Schuhen voranprobieren. Das ist mein Tipp und das meine ich auch wirklich ernst. Weil man, wie gesagt, keine Schmierung hat und dadurch, wenn der Schuh nicht zu seinem Fußtyp passt, dass man da auch unnötig rutscht und dann bringt das alles gar nichts, weil der Preis ist auf jeden Fall stolz. Der Schuh wird sehr, sehr soft nach der Eindaufphase. Er hat mich echt überrascht. Ich dachte durch das Demon Skin Upper, dass das O-Material unnötig dick wird, weil das muss ja auch irgendwie halten, dieses Spikes. Aber ich muss sagen, man fühlt sich wirklich sehr, sehr wohl im Schuh. Das Ballgefühl ist wirklich extrem gut, überraschend gut. Aber definitiv gewöhnungsbedürftig durch dieses Demon Skin Upper. Es gibt mir den Ball deutlich anders. Vor allem beim Tricksen war ich am Anfang ein bisschen überfordert, weil ich den Ball ganz anders verherrschen musste. Wie zum Beispiel bei einem normalen Obermaterial. Man gewöhnt sich aber daran. Aber ich muss nochmal sagen, den 100% Vorteil hat man nur, beziehungsweise ist auch übertrieben gesagt, ist auch Marketingstrategie. Den Vorteil hat man aber auch nur, wenn man weiß, wie man diesen Schuh einsetzt. Das heißt, man muss wissen, wie man den Ballspin mitgibt. Automatisch klappt das auch mit dem Demon Skin Upper logischerweise nicht. Aber das hat übrigens auch nie behauptet. Wenn man weiß, wie man den Schuh umgehen muss und kann, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schuh, was die Performance angeht. Und positiv ist auch, der Schuh ist aktuell wieder reduziert. Könnt ihr auch mal gerne bei Sport 2000 vorbeischauen. Ich glaube, aktuell gibt es den Schuh sogar für zwischen 60 und 100 Euro günstiger. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben, wie gesagt, hier den 20.1 und den 20+. Und völlig verdient, aufgrund der Performance von Demon Skin Upper und auch von dem Hype, die dieser Schuh ausgelöst hat, auf Platz Nummer 3 der Top 5 Fußballschuhe 2020. Auf Platz Nummer 2 teilen sich gleich zwei Schuhe diesen Platz. Und zwar der Nike Phantom Vision 2 und auch der Adidas X 19.1. Zwei absolute krasse Schuhe. Das ist mein Lieblingsschuh von Adidas insgesamt. Der X gefällt mir extrem gut. Etwas überraschend, dass der Nike Phantom Vision 2 drin ist. Ich war nie so ein richtig krasser Fan vom Nike Phantom Vision. Aber ich muss sagen, dieser Schuh hat ein Mieb-Extrem-Erzeug. Ich würde sagen, wir starten mit dem Nike Phantom Vision 2. Am Schuh hat sich einiges getan. Dazu gibt es auch schon ein Tech-Talk-Video, wo wir mal genau drauf eingehen, was diesen Schuh so gut macht. Und was überhaupt das Nike Ghost Lacing ist. Weil auf den ersten Blick denkt man, dass dieser Schuh ein laceless Schuh ist. Aber das Ghost Lacing versteckt die Schmierung nur unter dem Obermaterial. Dadurch hat man natürlich keine Störungen hier, was die Schmierung angeht, wenn man den Ball verarbeiten möchte. Insgesamt ist dieses Upper extrem krass. Sehr zu den dünnsten und auch flexibelsten, die es aktuell auf dem Markt gibt. Der Grip ist wirklich sehr gut. Das ACC, All Condition Control Upper, wird von ein paar Fußball-Nerds eher so ein bisschen als Witz genommen. Weil so ein bisschen die Strategie dahinter gestreckt war. Aber ich muss sagen, man hat einen sehr, sehr guten Grip. Und auch die Performance allgemein vom Schuh am Ball ist wirklich hervorragend. Ein sehr, sehr direkter Touch. Ich muss sagen, von der Form her macht mich der Schuh nicht ganz so krass an. Ich glaube, deswegen ist er auch nicht so beliebt wie der Nike Superfly oder Nike Vapor. Aber von der Performance wirklich extrem gut gemacht. Wir haben hier auch ein paar Updates bekommen, dass dieses Ghost Lacing beispielsweise direkt mit diesem inneren Material verbunden ist. Und dadurch den ganzen Schuh schnüren kann. Quasi nicht nur den Mittelfuß, sondern der ganze Schuh lässt sich schön anpassen. Der Komfort ist wirklich hervorragend. Anders kann man es nicht sagen. Man braucht keine Einlaufphase in diesem Schuh. Hat dadurch einen sehr, sehr guten und soliden Komfort. Kann man nicht meckern. Auch die Traktion und die Haltung innerhalb des Schuhs ist gut gewährleistet. Der Schuh ist schön stabil. Und auch die Stollen sind für maximale Traktion und Geschwindigkeit ausgelegt. Das heißt, auch dieser Schuh auf jeden Fall völlig zu Recht auf Platz Nummer 2. Er findet logischerweise auch das Review dazu. Nochmal mit separaten Infos, genau so im Tech Talk Video, wo ich da nochmal genauer drauf eingehen kann. Wenn ich das in diesem Video mache, dann wird das nur unnötig lange. Zum Adidas X gilt es zu sagen. Klassischer Speedboot. Feiere ich deswegen am meisten bei Adidas, weil ich mich sehr, sehr wohl fiele im Schuh. Man muss sagen, das Ummaterial ist relativ krass gepolstert. Zunächst in meinem Einlauf wird es nochmal etwas weicher. Ist aber nicht das dünnste Ummaterial auf dem Markt, muss man ganz klar sagen. Das hilft aber extrem, was das Thema Komfort angeht. Ich fühle mich extrem wohl im Adidas X. Auch für mittlere und breite Füße kann man an dem Schuh schon mal rantasten. Sollte sich aber vorher auf jeden Fall mal das Schuh anpassen bzw. anprobieren, um zu gucken, welche Größe man braucht. Sie fahren relativ unterschiedlich aus zwischen den verschiedenen Marken. Aber klassischer Speedboot, sehr beliebt bei z.B. Thomas Müller, Rames Rodriguez oder Marcelo. Also vor allem Marcelo ist der Triebelstark, spielt diesen Schuh sehr, sehr gerne. Wir haben hier das Speedmash-Upper. Ausgibt für optimale Geschwindigkeit. Auch die Speedframe-Sohle. Hier haben wir noch ein bisschen Kunstrasen dran. Aber sehr, sehr cool. Wie gesagt, der Komfort, vor allem im Fersenbereich, durch die Pulsbraung hervorragend. Der Ballkontakt nicht der direkteste, dadurch aber schön gepolstert, vor allem am Tripling extrem gut. Kann man nicht anders sagen, deswegen ist es eigentlich, wie schon oft erwähnt, mein Lieblingsschuh von Alters und auf Platz Nummer 2. Damit der Alters X19.1 und der Nike Phantom Vision 2. Kommen wir zu Platz Nummer 1 und ihr wisst, mein absoluter Lieblingsschuh, der Nike Vapor 13. Wir haben hier auch noch einen Superfly am Start, der Superfly 7. Das liegt daran, dass das Obermaterial identisch ist. Das heißt, wir können hier beide Schuhe auf einen Platz nehmen. Diese Schuhe sind völlig verdient auf Platz 1, zumindest meiner Meinung nach, aufgrund des Flying Duppers. Ein extrem gutes Obermaterial, was für einen sehr, sehr direkten und soften Touch steht. Das heißt, man kann den Ball sehr, sehr gut kontrollieren. Gleichzeitig haben wir hier das 360-Grad Flying Duppert. Das heißt, wir haben hier in der Mittelsohle keine Sohle. Das hilft nochmal, die Fußform besser zu adaptieren. Das hilft beim Beschleunigen. Wir haben hier einen absoluten Tempo-Schuh. Also für schnelle, trippelsteige Spieler ist dieser Schuh eine optimale Waffe. Sehr, sehr leicht. Wie gesagt, für Geschwindigkeit optimal haben wir auch schon in einem Experiment gemessen, welcher Fußballschuh denn die meiste Geschwindigkeit auf den Rasen bringt. Und tatsächlich hat der Nike Vapor 13 mit dem 360-Grad Flying Dapper gewonnen. Laut Nike speichert das Obermaterial sogar die Kräfte beim Zusammenziehen. Und beim Beschleunigen, beim Ausdehnen, gibt sie die Kräfte wieder ab. Ob das funktioniert, ist natürlich immer Geschmackssache. Ich muss aber sagen, ich fühle mich im Schuh sehr, sehr wohl. Kann sehr, sehr gut beschleunigen, vor allem aus der Kurve heraus. Und wie gesagt, im Experiment haben wir tatsächlich mit diesem Schuh den optimalen Wert gemessen. Optisch natürlich auch immer ein Faktor für mich. Sieht extrem geil aus. Einmal Mbappé und hier den serienmäßigen. Gibt natürlich auch einen anderen Colorways. Für den Fußtyp ist es eher für mittlere und schmale Füße geeignet. Mit sehr breiten Füßen solltet ihr im Nike Vapor 12 eher Platz bekommen. Aber hier ist es relativ schwierig. Vorher mal anprobieren sollte helfen. Aber wie gesagt, eher für schmale und mittlere Füße. Ansonsten performance-technisch auf jeden Fall ein absoluter Speedboot. Und extrem krass. Deswegen völlig verdient zumindest meiner Meinung nach auf Platz 1. Der Nike Weber 13 bzw. der Nike Superfly 7. Auch wenn das Vorten eigentlich schon vorbei ist, möchte ich nochmal drei Schuhe zeigen, die es nur knapp nicht in dieses Vorten geschafft haben. Und wahrscheinlich von dem einen oder anderen auch gar nicht so wahrgenommen werden. Die haben wir hier. Wir haben einmal den Puma One 5.1 mittlerweile. Den New Balance Fueron V6 und den Mizuno Morelia Neo 2. Auch diese Schuhe eigentlich sehr, sehr krass und auch zu empfehlen. Wir haben hier einmal den Puma One, der sehr, sehr unterschätzt ist und wahrscheinlich vor allem wegen seiner Form nicht allzu beliebt ist bzw. so krass gekauft wird. Von der Performance absolut unterschätzter Schuh. Komfort wirklich hervorragend. Fühle mich sehr, sehr gut im Schuh. Und auch der Touch durch dieses K-Letter hier vorne extrem gut. Müsst ihr mal anprobieren bzw. generell probieren, falls ihr mal Bock habt auf einen anderen Fußballschuh. Gibt es auch sehr, sehr günstig. Aktuell glaube ich ab 90 Euro für ein Topmodell. Wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Gibt es logischweise auch schon als Review. Und kommt auch bald wieder Neues dazu. Dann haben wir hier den New Balance Fueron V6. Da hat New Balance auf jeden Fall nochmal ein krasses Update gemacht im Vergleich zu New Balance Fueron V5. Wir haben hier einen extrem soften und weichen Fußballschuh, der auch am Fuß extrem gut ist. Wir haben hier ein leichtgeliecht, ein Speedboot von New Balance, zum Beispiel für das Tripling sehr, sehr gut geeignet. Ich muss auch sagen, dass mich das Ummaterial wirklich extrem überrascht hat. Hat mich sehr, sehr wohl gefühlt. Der Touch ist sehr direkt und nach der Einlaufphase auch nochmal weicher. Also kann man auch mal eine Chance geben. Auf jeden Fall New Balance Fueron V6 für mich eine absolute Überraschung im Jahr 2020. Dann haben wir hier noch einen Lederschuh und zwar ein Leder Speedboot bzw. Leichtgewicht. Wir haben den Moria Neo 2 von den Zuno. Absolut krass dieser Schuh, weil er ein absolutes Leichtgewicht ist. Und gleichzeitig ein Lederschuh ist es sehr, sehr selten. Am Schuh wurde quasi alles optimiert, um absolutes Leicht einzusparen und wirklich dann auch einen sehr, sehr leichten Schuh am Fuß zu haben. Der Touch ist sehr, sehr gut. Man braucht natürlich ein bisschen längere Einlaufzeit in den Lederschuh. Das ist aber völlig normal. Wenn der Schuh eingelaufen ist, absolut krass. Anders kann ich es nicht sagen. Ich war sehr überrascht, war am Anfang etwas skeptisch, weil ich noch keine Schuhfunktion getestet hatte. Als ich den Schuh war anhatte, musste ich sagen, er hat mich sehr wohl gefühlt. Der Touch war sehr gut. Das heißt für alle Lederfußballschuhfans, falls ihr mal einen Schuh mit zu testen wollt, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das war es auch schon wieder zu den Top 5 Fußballschuhen 2020, die ich euch besonders empfehlen kann. Ist natürlich immer mein Geschmack, aber die kann ich auf jeden Fall mit reinem Gewissen sehr, sehr krass empfehlen, weil ich die Schuhe sehr, sehr gut feiere. Aber es kommen natürlich im Laufe des Jahres noch weitere Modelle raus, beispielsweise ein Adidas. Wer darf ich nicht verraten? Habe ich schon gespielt. Sehr, sehr krass. Falls ihr das dann auch sehen wollt, nochmal eine aktualisierte Top 5. Dann lasst auf jeden Fall mal Feedback da. Das war es jetzt heute im Video. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, macht's gut, bleibt sportlich und ciao.